So wünschen wir uns Milcherzeugung. Glückliche Kühe auf grünen Wiesen. Aber Milch war noch nie so billig wie im vergangenen Jahr. Ursache ist einfach, wir produzieren viel zu viel Milch, die gar keiner will. Milch, die so billig ist, dass die Bauern nicht mal mehr zum Selbstkostenpreis produzieren. Das Spiel, da gibt's nur Verlieren. Und sogar nicht nur bei uns. Das ist nicht fair. Das ist überhaupt nicht fair. Wer bezahlt den Warenpreis für unsere Schnäppchenmilch? Meine Spurensuche beginnt im Allgäu, einer der klassischen Milchregionen in Deutschland. Normalerweise würde Erwin Rheinalter jetzt nochmal füttern und dann seine Kühe auf die Weide lassen. Stattdessen ist er dabei, seine Tiere Stück für Stück zu verkaufen. Sie haben im Prinzip heute Morgen hier das letzte Mal gemolken? Ja. Wie ist das? Komisch. Es hat ja eine Strukturkette und das jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Und das Mal ist alles eigentlich weg. Was haben Sie jetzt zuletzt gekriegt? 27,25 Cent pro Liter Milch. Und da geht's nicht. Es geht einfach nicht. Es geht nicht, obwohl die EU Landwirte wie Rheinalter jedes Jahr mit 6,8 Milliarden sogenannten Direktzahlungen subventioniert. Er gibt auf, wie über 40.000 Milchbauern in den letzten zehn Jahren. Ein Kollege hat die Kühe Lena und Sabine gekauft. Die letzten zwei Milchkühe von einst 35. Ein schwieriger Tag. Erwin Rheinalter kämpfte für 50 Cent Abnahmepreis pro Liter bei den Molkereien. Doch solche Preise waren weder zu normalen Zeiten und schon gar nicht während der Milchkrise durchsetzbar. Aber wollen wir Kunden wirklich immer nur die billigste Milch? Egal, wer den Preis dafür zahlt? Ich möchte das herausfinden. Ausgerüstet mit einem Korb voll Milch in allen Preiskategorien. Wenn Sie jetzt bei mir hier einkaufen dürften. Also ich habe das volle Programm von 1,19 bis 46 Cent. Das ist auf keinen Fall. Ich würde wahrscheinlich die, entweder die Bio-Eigenmarke nehmen oder irgendwie so eine Marken-Biomilch. Weil es Bio ist. Genau, Biomilch. Und auch generell, man hört ja viel mit Landwirtschaft, dass die alle keine Kohle mehr kriegen. Und es ist, denke ich, schon wertvoll, dass das erhalten wird. Die hier und die hier. Ja, genau. Die ist halt einfach aus unserer Region. Und da weiß ich, ich unterstütze meine Bauern. Ich habe alles dabei, von 1,19 bis 46 Cent. Nee, ganz ehrlich, die Bergbauern-Milch, das würde ich so machen. Weil ich die immer trinke und weil ich weiß, dass die fair getradet ist. Alle wollen glückliche Kühe und glückliche Bauern. Doch im Schnitt zahlten Kunden 2016 nur 63 Cent pro Liter Frischmilch. Tatsächlich sind Milchprodukte bei uns fast schon unheimlich billig geworden. 1960 musste ein Arbeitnehmer 11 Minuten arbeiten, um einen Liter Vollmilch zu bezahlen. Heute reichen zwei Minuten. Noch extremer ist diese Entwicklung bei Butter. Die kostet heute weniger als 1950. Der deutsche Durchschnittslohn hat sich in dieser Zeit verachtfacht. Warum sind Milchprodukte so billig heutzutage? Auf der Eurotier, der weltweit größten Messe für Nutztierhaltung, suche ich nach Antworten. Die Haupterkenntnis? Milchproduktion heute ist industriell. Maximale Leistung durch Hightech und Automatisierung. Zwar stammt die Milch immer noch von echten Kühen, aber die sind inzwischen Hochleistungsrinder. Sie geben immer mehr Milch aus geradezu monströsen Eutern. Die Ur-Ur-Ur-Großmutter dieser Milchkühe hätte früher etwa 2500 Liter Milch im Jahr gegeben. Diese Kühe schaffen dank gezielter Züchtung und speziellem Kraftfutter mehr als das Vierfache. Dafür werden sie nicht so lange durchhalten. Früher gab eine Kuh 15 bis 20 Jahre lang Milch. Die Turbo-Kuh von heute ist oft schon nach vier, fünf Jahren ein Fall für den Schlachthof. Von Natur aus geben Kühe Milch, um ihre Kälber zu ernähren. In der nächsten Halle lerne ich jedoch, dafür ist Milch in unserer heutigen Turbomilchwirtschaft immer noch zu teuer. Selbst wenn sie so billig ist wie zurzeit. Stattdessen bekommen Kälber eine Art Milchersatz, sogenannte Milchaustauscher. Vom Manager einer Herstellerfirma will ich mir erklären lassen, was da drin ist. Ein bisschen Milch, laut Zutatenliste. Und sonst? Also wenn da jetzt steht Rohprotein oder so, was ist das? Das ist ja nicht aus Milch. Ausschließlich Milcherweiß, also Magermilchposer, Rotenposer und dann pflanzliche Fette. Und was ist da für Pflanzenfett drin? Äh, das sind Kokos und Palmöl. Palmöl? Kokos und Palmöl. Okay. Was spricht dagegen, denen einfach Milch zu geben? Ja, die Milch wollen wir letztendlich ja maximal verwerten, ne? Das ist mal drei. Ja. Letztendlich ist es um den Frucht für den Landwirt einfacher und günstiger. Palmöl aus den Tropen statt Milchfett. Damit unsere Milch noch billiger wird. Verkehrte Welt. Ich besuche einen Bauern, der diese Hightech-Entwicklung mitgemacht hat. Der Hof von Hans-Josef Landes ist ein Vorzeigebetrieb. Im nagelneuen Stall stehen 135 Milchkühe. Versorgt von viel Technik. Der eine Roboter schiebt das Futter zu den Kühen. Der nächste den Mist durch die Ritzen des Spaltenbodens. Auch das Melken läuft vollautomatisch. So kann der Bauer mit seiner Familie jetzt die doppelte Zahl Kühe halten wie früher. Also die steht jetzt an? Die steht jetzt an. Das nennt man freien Kuhverkehr da drin. Die können immer zum Roboter gehen. Und die fragen öfters mal im Roboter nach, komme ich jetzt dran oder komme ich nicht dran. Und er entscheidet, wird die Kuh gemolken oder wird sie nicht gemolken. Nur wenige im Dorf sind diesen Weg mitgegangen. Von ursprünglich 34 sind auch deswegen nur drei Milcherzeuger übrig geblieben. Obwohl Bauer Landes so konsequent modernisiert hat, die Politik und Bauernverband es seit Jahren propagieren, balanciert er am Rande der Pleite. Keine 1000 Euro Umsatz am Tag. Für die Arbeit von drei Personen, Futter und den Maschinenpark. Jetzt kriegen Sie im Moment ungefähr 27 Cent. Ja. Wie viel müsste das denn sein, damit Sie sagen, so ist es gut? Bei meiner vollkosten Rechnung, das letzte Mal Ergebnis gehabt, soll die 47 Cent erzielen. Das ist aber krass, oder? Landes liefert seine Milch an die Molkerei Zott, eine der zehn größten Molkereien Deutschlands. Hier kam viel mehr Milch an, als die Milchquote der EU vor rund zwei Jahren fiel. Mit der Milchschwämme fielen auch die Preise in den Keller. Und so wurde der Export wichtiger. Allein Zott liefert seine Produkte in 75 Länder. Eine logische Entwicklung für den Leiter des Milcheinkaufs, Christian Schramm. Wir haben letztendlich mit der Agrarrefarm 2006, ist der politische Beschluss gefasst worden, dass auch der Milchmarkt liberalisiert werden soll. Das heißt, entfesselt von den staatlichen Einflussmöglichkeiten. Und seit dieser Zeit unterliegt der Milchmarkt letztendlich diesen globalen Einflüssen. Das heißt, der Bauer muss dann halt einfach schauen, dass er zu den Kosten produzieren kann. Das ist wie bei sämtlichen Wirtschaftsbeteiligten heute so. Ob man das gut heißt oder schlecht heißt, das ist ein ganz anderes Thema. Aber es ist so, dass ich letztendlich in dem Marktumfeld, in dem ich mich bewege, muss ich zurechtkommen. Nun sind Joghurt, Milch und Co. nur begrenzt haltbar. Deshalb verarbeiten die großen Molkereien das, was sich nicht frisch verkaufen lässt, zu einem länger haltbaren Produkt. In bestimmten Marktphasen produzieren wir auch Vollmilchpulver, Sahnepulver oder auch Magermilchpulver ganz klassisch und verkaufen das. Alle großen deutschen Molkereien machen das offenbar so. In den letzten Jahren hat allein die größte, das deutsche Milchkontor, 70 Millionen Euro in Anlagen für Milchpulverproduktion investiert. Ein kleiner Teil davon, so lerne ich, geht an die Lebensmittelindustrie, etwa für Fertiggerichte. Aber wer kauft alles andere? In der Nähe von Wilhelmshaven finde ich eine Antwort. Immer wenn der Milchpreis unter eine bestimmte Grenze fällt, kauft die EU in großem Stil Milchpulver auf. Allein im letzten Jahr 350.000 Tonnen. Das ist so viel wie 80.000 Tankwagen voller Milch. Was passiert denn mit dieser Milch hier? Oder mit diesem Milchpulver? Das wird gelagert und Brüssel entscheidet, wann dieses Produkt wieder auf den Markt gebracht wird, wenn der Markt das wieder hergibt. Und dann wird die Ware wieder ausgelagert und als Lebensmittel auch wieder verkauft. 30 solcher Lager hat die EU allein in Deutschland angemietet, wo Heinz Wessels und seine Kollegen regelmäßig kontrollieren, ob es unserem Milch sehr gut geht. Auch das kostet. Die billige Milch der vergangenen Monate finanzieren wir Steuerzahler über diesen Umweg mit. Neben den direkten Zahlungen an die Bauern noch eine weitere Subvention für die Milchindustrie. Erst gibt die EU den Markt frei, dann greift sie doch wieder ein. Was für ein Irrsinn. Der grüne EU-Parlamentarier Martin Häusling sieht die vollen Lager auf Staatskosten als Symbol einer verfehlten Politik. Das ist ein Stück weit die Politik der 70er, 80er Jahre. Da haben wir auch schon mal Milchsehen gehabt und Butterberge. Da kommen wir wieder hin. Ursache ist einfach, wir produzieren viel zu viel Milch, die gar keiner will. Und jetzt bringt die Europäische Union, also der Steuerzahler ein und legt das erstmal auf Halde. Also sinnvoll ist das weder für die Bauern noch für den Markt noch für die europäische Kasse. Also das ist ein Akt der Verzweiflung. Wo geht dieses viele Milchpulver hin? Der größere Teil geht jetzt in den Export. 20 Prozent des Exports gehen in die Länder südlich der Sahalzone. Das ist ein Markt, der sehr stabil ist und sogar noch wächst. Und das ist ein völlig irres System. Das funktioniert nur, weil wir unsere Landwirtschaft natürlich extrem subventionieren. Wir verkaufen unsere Milch nach Afrika? Das soll sich lohnen? Ich finde einen Spediteur, der auf Milchexporte spezialisiert ist. Er bestätigt das und verrät mir am Telefon Details. In welche Länder geht es dann? Okay, Moment, das notiere ich mir mal kurz. Also Guinea, Guinea-Bissau, ja. Senegal, Mauretanien, Kamerun, Ghana, Togo. Okay, also im Prinzip alles, was da so die Küste lang ist. Okay, ja gut, dann vielen Dank. Ja, danke, wiederhören. Die EU und alle großen deutschen Molkereien sind an diesem Geschäft beteiligt. Der Export ist politisch gewünscht. Von den großen Frachtterminals in Bremerhaven oder Rotterdam reist die weiße Ladung in Containern südwärts. Ich folge der Milch über 7000 Kilometer weit. Bis nach Douala, dem größten Hafen der einstigen deutschen Kolonie Kamerun und zugleich Tor für Waren in angrenzende Staaten wie den Tschad oder die Zentralafrikanische Republik. Ich treffe Franzisko Marie, der für gerechte Handelsbeziehungen kämpft. Er ist Referent für Welternährung und Agrarpolitik bei der Hilfsorganisation Brot für die Welt und hat mir aus dem hiesigen Supermarkt Milchprodukte mitgebracht, vorwiegend Pulver. Das ist jetzt aus Frankreich. Genau, das ist französisches Milchpulver. Das ist Arla, das gibt es in Deutschland ja auch. Das ist aus Dänemark. Arla Milchkontor, da gibt es ja inzwischen auch deutsche. Nee, oder? Doch. Besonders staune ich über Haarmilch der deutschen Großmolkerei Medle, abgefüllt in der Slowakei. Warum kann es sich denn lohnen, Milch so weit zu transportieren? Es gibt hier ja auch Milch. Ja, weil die Milchproduktion bei uns solche Exportpreise zulässt einfach. Das ist sowohl über die Subventionen, aber auch über die intensive Haltung schafft es Deutschland, aber auch Europa, auf dem gesamten Milchmarkt der Welt mitzubieten. Also kurz gesagt, weil unsere Milch so billig ist, können wir mit der sogar in Afrika konkurrieren. Obwohl hier natürlich Löhne und Gewinnerwartungen niedriger sind. Für afrikanische Verhältnisse geht es Kamerun vergleichsweise gut. In den großen Städten gibt es eine Mittelschicht, deren Lebensstil sich an europäischen Gewohnheiten ausrichtet. Findet man in den Geschäften hier tatsächlich nur ausländische Milchprodukte? Mit Yvonne Tarkang, die sich mit einer kamerunischen Bürgerinitiative für die Stärkung der lokalen Bauern einsetzt, besuche ich einen Supermarkt in der Hauptstadt Jaunde. Es gibt hier durchaus auch lokale Waren, nur keine einheimischen Milchprodukte. Im Kühlregal steht zwar Joghurt von der größten Molkerei Kameruns, allerdings aus Milchpulver. Und weil es in ganz Kamerun keine Milchpulverfabrik gibt, muss das aus dem Ausland kommen. Und dann stoße ich auf Joghurt von Zott. Das ist aus Deutschland. Ja, Qualität made in Germany. 100 Gramm des bayerischen Joghurts kosten 33 Cent. Das ist billiger als der zumindest hier produzierte Joghurt aus Milchpulver. Es scheint mir so unglaublich, dass das so weit gereist ist und immer noch... Das ist eben dieser unfaire Wettbewerb. Ausländisches Milchpulver. Deutscher Joghurt. Gibt es in Kamerun keine heimische Milch? Kühe gibt es jedenfalls. Gemeinsam mit Francisco Maré von Brot für die Welt fahre ich in den Norden, in die Provinz Adamawa. Wir besuchen dort Hayatou El Haji Soleil. Der Tierarzt hält 26 Milchkühe und kreuzt heimische Rassen mit europäischen Milchkühen, um den Ertrag zu steigern. Einmal am Tag wird gemolken. Die restliche Zeit trinken die Kälber die Milch. Die örtliche Genossenschaft zahlt für den Liter Milch mindestens 37 Cent. Mehr als die meisten Bauern in Deutschland bekommen. Der Hof ernährt einen Angestellten und dessen zehnköpfige Familie. Doch gegen die Billigkonkurrenz aus der EU tut sich der Betrieb schwer. Das ist ein Problem, weil das den Verbrauch unserer Produkte reduziert. Das ist unsere Konkurrenz. Finden Sie, dass das ein fairer Wettbewerb ist? Das ist nicht fair. Das ist überhaupt nicht fair. Im Grunde müssten wir unsere heimischen Produkte steigern können, um so die Lebensbedingungen der Menschen hier zu verbessern. Das würde Arbeitsplätze für Kameruner schaffen. Stattdessen muss sich der Hof gegen die hochsubventionierte europäische Milch behaupten. Ja, das ist das typische Beispiel für eine total verfehlte Agrar- und Entwicklungspolitik, dass unsere Produkte auf Märkten sind, die selber produzieren können. Und das ist wirklich eine vollkommen ungerechte Situation, hier Arbeitsplätze wegzunehmen, damit ein bisschen Gewinn durch unsere Joghurts in den Supermärkten hier abgeschöpft wird. In einer kleinen Molkerei in der Provinzhauptstadt Gaundere zeigt Mihayatou El-Hajji Soleil, wie aus seiner Milch Joghurt produziert wird. Die Milch wird zunächst auf 90 Grad erhitzt, dann fermentiert und der Joghurt schließlich in Flaschen abgefüllt. 150 Bauern liefern hier ihre Milch ab. Das ist gut, das ist sehr gut. Joghurt ist in Kamerun die traditionelle Art, Milch zu verzehren. In dem heißen Klima hält sich die fermentierte Milch besser. Frischen Joghurt als eine Art Soße zu Reis gibt es hier zu jeder Tageszeit. Am nächsten Morgen treffen Francisco Marie und ich, Hayatou El-Hajji Soleil, noch einmal. Am Ortsrand von Gaundere steht der Rohbau einer größeren Molkerei, wo die Genossenschaft künftig gerne mehr und professioneller produzieren würde. Was ist das hier? Hier haben wir angefangen, eine Molkerei zu bauen. Wie realistisch ist es denn, dass man mit sowas tatsächlich Kamerun mit Milch versorgen könnte? Also mit vielen solchen kleinen Anlagen, dass die nahe sind an den Produzenten, die kooperativen sind, das ist ein ähnliches System wie bei uns und das ist schon sehr realistisch. Doch das Projekt kommt nicht gut voran. Die Bauarbeiten ruhen momentan. Die Genossenschaft verdient nicht genug Geld mit ihrem Joghurt Made in Kamerun. Den Grund dafür finde ich beim Besuch des örtlichen Supermarktes. Ein Lkw benötigt vom Hafen in Duala hierher mindestens zwei Tage. Trotzdem steht auch hier im Kühlschrank des Dorfladens Joghurt von Zott. Etwa zum gleichen Preis wie die einheimische Ware. Wie kann es sein, dass ein Joghurt, was so weit gereist ist, hier im Prinzip so viel kostet wie das Joghurt, was die Bauern hier selber machen? Das ist in Europa ja einfach durch die Milchkrise möglich, dass wir so eine Intensivhaltung haben, dass die Preise wirklich im Keller sind. Das drückt sich sehr schnell sofort auf die Märkte in Afrika aus, das ist Globalisierung. Dann sieht man, wie wenig unsere Bauern eigentlich kriegen, wenn man sich ihre Kosten anschaut, dass es ähnliche Preise sind. Hayatou El Haji Soleil probiert den Joghurt von der Konkurrenz. Schmeckt gut. Ja, es schmeckt gut, doch es ist schlecht für unsere Wirtschaft. Noch schlechter jedoch ist das, was wir ein paar Straßen weiterfinden. Denn immer mehr Joghurt wird hier gar nicht aus Milch hergestellt, sondern aus dem viel billigeren Milchpulver. Selbst mitten im Kameruner Milchland hat Milchpulver inzwischen einen Marktanteil von über 50 Prozent. Kein Wunder, der Joghurt aus der Pulvermilch kostet nur ein Drittel des Preises für den heimischen Joghurt. Ich lasse mir die Säcke zeigen. Das Pulver kommt aus der EU. Dänemark. Das ist Irland, Nordirland, also Großbritannien. Und zum Teil ist es nicht mal richtige Milch. Ja, okay. Jetzt hast du aber Milchfett. Das ist aber, ja, aber das ist mit Milchfett. Das hier ist mit Milchfett. Aber das hier, da ist Pflanzenfett drin. Palmöl. Ist es billiger, Milchpulver mit Pflanzenfett zu kaufen? Ja, ja, genau. Ich hatte schon gestaunt, dass wir in Deutschland unsere Kälber mit einem Palmölgemisch großziehen, statt mit Milch. Und nun verkaufen wir diese Art Milchersatz auch noch nach Afrika. Für Menschen? Ist es falsch, jetzt zu sagen, das ist minderwertig? Ich meine, das ist ja keine richtige Milch. Ja, zumindest eine Milch, die sehr viel Pflanzenöl hat, Anteile und eben kein Milchfett, was ja besonders gesund ist. Das wird in Europa entzogen, um bei uns Butter zu machen. Und wird dann Palmöl zugesetzt und das Milchfett entzogen, um es so viel billiger verkaufen zu können. Und das zeigt sich auch in den Preisen. Eigentlich wäre eine funktionierende Landwirtschaft der Weg, um den Menschen hier ein dauerhaftes Einkommen zu sichern. Doch wie soll das funktionieren, solange die billige EU-Milch heimischen Erzeugern den Markt streitig macht? Und es geht noch absurder. Die EU hat in dieser Gegend sogar mit Entwicklungshilfegeldern eine neue Molkerei finanziert. Allerdings wartet die Anlage schon seit zwei Monaten auf ihre Inbetriebnahme. Zwar sind moderne Gerätschaften da, aber es fehlen Bauern, die ihre Milch abliefern würden. Die Genossenschaft, die wir besucht haben, setzt auf ihre eigenen Anlagen. Und die anderen Bauern in der Gegend zögern, ihre Produktion zu erhöhen, wegen der Konkurrenz durch die europäische Schnäppchenmilch. Das ist so ein bisschen ein Hase-und-Igel-Spiel. Wir bauen auf, wollen verkaufen und wir sehen, dass wieder Produkte aus Europa da sind, die billiger verkauft werden. Ich meine, jetzt haben wir im Moment ja enorm viele Menschen aus Afrika, aus vielen afrikanischen Ländern, die nach Europa kommen. Ist das ein bisschen auch ein Resultat von der Art von Politik? Also zumindest schaffen wir keine Gründe, damit die Menschen hierbleiben. Ist das nicht ein Widerspruch? Ich möchte mir das gerne bei der EU erklären lassen und bitte um einen Termin mit Agrarkommissar Phil Hogan. Ich zeige ihm den Prospekt der mit EU-Geldern gebauten, leer stehenden Molkerei in Kamerun. Wir investieren europäisches Geld in ein solches Projekt, viel Geld, und zur gleichen Zeit gibt es auf diesem Markt europäisches Milchpulver, so billig, dass lokale Produkte damit niemals mithalten können. Ich stimme Ihnen zu, dass wir nicht viel Geld in solche Anlagen stecken sollten und dann die lokale Bevölkerung damit allein lassen. Wir sollten mit technischer Unterstützung dort sein, mit weiterer finanzieller Unterstützung. An der grundsätzlichen Subventionspolitik jedoch will die EU nichts ändern. Gerade deutsche Bauern wurden ja ermutigt, ihre Produkte weltweit zu vermarkten. Ist das gut? Das stellt sicher, dass die wachsende Weltbevölkerung die nahe, hafte, hochwertige Lebensmittel aus der EU möchte, diese bekommt. Die Exporte 2016 zeigen, dass wir damit erfolgreich sind. Die Exporte sind also gewünscht. Doch was sagen die deutschen Großmolkereien, deren Produkte ich in Kamerun gefunden habe, zu den Folgen? Aala teilt mit, nicht nach Kamerun zu exportieren, sondern nur ins benachbarte Nigeria. Aala sei daran gelegen, die Ernährungssituation in der Region allgemein zu verbessern. SOT verweist darauf, den Partnern vor Ort keine Preisempfehlungen zu machen. Die Kaufentscheidung liege beim Verbraucher. Megle erklärt, die afrikanische Region sei für das Unternehmen interessant. Die aktuell niedrigen Preise seien ein Einführungsangebot. Firmen wollen Geld verdienen. Bauern wollen überleben. Doch das beißt sich mit deutscher Entwicklungshilfepolitik. Im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit treffe ich Ministerialdirektor Gunter Beger, zuständig für ländliche Entwicklung. Darf es uns wirklich immer nur ums Geschäft gehen? Wie wollen sie es machen? Wollen sie den Firmen verbieten, nach Afrika Milch zu liefern? Also was wir nicht mehr machen und was ja jahrelang auch sehr massiv kritisiert worden ist, das sind, dass wir diese Produkte mit Exportsubventionen quasi noch unterstützt, verbilligt auf die afrikanischen Märkte bringen. Dies gibt es nicht mehr. Das ist abgeschafft worden seit 2013 und das ist erstmal ein großer Fortschritt. Und ich glaube auch, dass die derzeitige Situation, die unendliche hohe Zahl von Flüchtlingen insgesamt den Blick weitet, die Zusammenhänge zu sehen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir einen fairen Handel brauchen, dass wir faire Handelsbedingungen brauchen und dass wir dafür sorgen, dass in den Ländern, aus denen viele, viele Flüchtlinge kommen, dass wir dort in allererster Linie Arbeitsplätze schaffen, Möglichkeiten schaffen, dass ein vernünftiges Leben geführt werden kann. Gute Idee. Dumm nur, dass die Exportstrategie der Bundesregierung im Zweifel vorgeht. Ich besuche noch einmal Erwin Rheinalter, den Milchbauern, der aufgegeben hat. Nur ein paar Kälber sind noch da. Ich erzähle ihm von den Problemen seiner Kollegen in Kamerun. Ihn macht das ratlos. Da macht man ja bei uns billiges Nahrungsmittel, die man dann wieder in die Länder karrt, wo man dann noch die Landwirtschaft, wo da ist, auch noch kaputt macht. Und das ganze Systemkrank dermaßen, da gibt's nur Verlierer. Dabei gibt es sehr wohl Betriebe, die sich dem teuflischen Kreislauf von immer mehr, immer billigerer Milch verweigern. Die Molkerei Berchtesgadener Land zum Beispiel hat selbst auf dem Höhepunkt der Milchkrise fast 40 Cent für den Liter konventioneller Milch bezahlt. Für Biomilch sogar über 50. Weil Geschäftsführer Bernhard Pointner nur das produziert, was er verkaufen kann. Wir sind keine große Malkerei. Bei unseren Milchmengen würde sich ein Pulverturm gar nicht lohnen. Somit kommt das für uns nicht in Frage. Was wir wollen, das ist eigentlich kontinuierlich Mengen absetzen an einer Zielgruppe, die wirklich Interesse hat an diesem Produkt, die wirklich bereit ist, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Und ja, wir haben glücklicherweise, weil wir nicht so riesengroß sind, für unsere Mengen einen Absatzmarkt. Die konventionelle Milch von hier kostet im Laden um einen Euro. Die Biomilch etwa 30 Cent mehr. Einer der Betriebe, die ihre Milch an die Molkerei liefern, ist der Hof der Hallwegers. Mit Kühen, die so leben, wie es die Natur für diese Tiere vorsieht. Der durchschnittliche Verbraucher trinkt rund 50 Liter Milch im Jahr. Für Milch von diesem Hof müsste er im Vergleich zur billigsten Discountermilch 10 Cent mehr pro Tag investieren. Für Kühe, die auf einer Wiese stehen. Für Bauern, die von ihrer Arbeit leben können. Für eine Handelspolitik, die die Ärmsten nicht noch ärmer macht. Das sollte es uns wert sein. Für ein derócratische Hetkenal Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020